Hebel an Rieserköpfe 1, 2, 3 Und... Ach... Wieder aus De 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 de... Ich kann den hier oben hin tun, ne? 1, 2, 3 Aber irgendwas kann mir hingegen flogen... Und zwar... Und wie Peter, ne? Nicht zum Spacken Das kann sein Soll einfach zum Spacken gehen Schlapper sagt doch Ist auch ein Spacken Ja... Normalerweise kann ich den noch in so ein Obsidian Ding reinbauen, ne? Nein Obsidian ist so aus Ja, aber dann kann er sich nicht rauspacken Ja... Keine Ahnung Weiß man, dass du behindert bist Mehr aber nicht So... Ja... Wie stelle ich den jetzt hin? Hier Block steht auch Komm aber hier echt nicht, ne? Ne... Krieg Krippen mit der Laps Achso, das musst du immer Ich glaube, du musst aber erstmal einen Zahn machen, ne? Sinter an Achso... Oh, ich brauche ja viermal zu Hause hin Ich Idiot! Ja, das bist du Ich glaube, dreimal Ich wollte einen Krüppel bauen Haben wir jetzt den... Wie geht das? Hoffentlich geht das Ja... Okay, so geht's definitiv nicht Das hatten wir auch genau so wie das mal drehen ja, da komisch man ey, fick dich spawnt jetzt den wichser haben wir auch ach, dann nehme ich dir einfach die obsidienkacke raus ja angreiner den wir ja auch schon shadow iron in 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 so und 1 2 und letzte go machte mal ist man nicht jetzt habe ich die anzeige super dass sie aber kein schaden nehmen aber ich nehme schaden dann sage ich bin gleich schon wieder tot dankeschön okay dann haben wir das auch schon mal das ist schon mal nice nice great nice great inspiration 1 2 2 protection 1 2 protection 3 hast du das aufgesammelt habe ich habe ich wundere mich gerade gibt es kann ich habe den auch einer hast du aber gecheatet bekommen in monat geschützt okay okay aufmarsch so ein ofen mit ach scheiß jetzt habe ich kein eigenblock hier hast du einen noch hat ich? ja lol ja dankeschön ich bin doch gerade die blöcke aufstehen du vogel ach kleiner spasti zock so und what's down aber ein generator dafür warte aber jetzt müsste eigentlich die generator quest jetzt fehlt nur noch der high temperature füllen ist okay den mache ich jetzt auch noch generator high temperature füllen ist aber auch mein boah von den anderen blöcken fehlen auch viel zu viele noch boah hier ist mal eisen wir haben die nether dinger komplett ja das kriegen wir aber auch noch hin datenum block fehlt noch einer silber block und res block aber wenn wir jetzt eins nach dem anderen arbeiten abarbeiten dann ist das eigentlich schon okay wir haben zwei blöcke raus hier jo wess wie viele sticks seeds hast du denn ja zink und koffer oh nein eins zwei drei zink und koffer zink und koffer zink habe ich hier zink habe ich auch zink habe ich hier zink habe ich hier zink habe ich hier zink habe ich hier zink warte mal das der gab doch zwei stück brauche ich hier das mein ofen ein zwei ok zwei öfen west der wo drin fünf stück muss ich nur zwei zerkleinern passt schon dann zwei öfen drei stück rein die furnace quest ist abgeschlossen es gibt ein epic pack lol auch jetzt habe ich aufgestellt ein epic pack was gibt raus ein schwert ein metal rain ganz ehrlich für den aufhören die was besseres erwartet ja bei mir ist die aber nicht abgeschlossen was wählt er für einer heath redstone dann reiß er die ab wenn die ganzen teile noch davon musst du gleich aber abreißen wieder hinstellen und reiß einen ab hinstellen abreißen hinstellen abreißen hinstellen ist einfacher heath redstone das ist der häusen und lass ich die leiter nämlich noch stehen so ach so die musst du mal in war was mache ich in was silber und wo er ist okay das ist machbar brest mache ich stelle ich ja gerade her okay in war hier war immer noch mal in war war iron iron und okay und tin ne veraus aber als pulverisierte version iron iron und feros ja